Ja, Hallöchen und da ist sie wieder. Ihr habt viele Zuschriften geschickt, also danke dafür. Und bis auf ganz wenige, die da also mal wieder ihre Telefonnummer nicht beipacken konnten, die sind auch nicht beantwortet worden. Also wenn ihr bei mich anschreibt und ihr habt die Telefonnummer nicht dabei, tut mir leid, gibt es auch keine Antwort. Das ist halt leider so, weil ich muss irgendwo so ein bisschen auch die Ernsthaftigkeit dabei sehen. Ich muss mich mit jemandem kontaktieren können, weil ich tippe nicht gerne mehr. Ich habe 100 Mädels am Tag und wenn ich die alle per Tippen beantworten müsste, dann wäre meine Finger wund. Da rufe ich lieber an und vor allen Dingen, es hat einen gewaltigen Vorteil. Es hat nämlich den Vorteil, dass ihr und ich Fragen stellen können und wir müssen nicht auf eine Antwort warten. Das heißt, wir können etwas miteinander besprechen, wir können Ideen tauschen, wir können sozusagen uns austauschen. Das ist ja in unserer Gesellschaft das Problem. Wir reden nur noch übereinander. Wir gucken uns nur noch übereinander Videos an, aber wir reden nicht mehr miteinander. Das geht in dieser Gesellschaft echt verloren. Und von der Seite her möchte ich jetzt mal etwas in Sachen stille Post zeigen. Ihr wisst alle, was stille Post bedeutet. Eine Nachricht geht von einem zum anderen und irgendwann ist sie mal tausendmal was anderes. Und das Problem an der Sache ist, wir haben eine versteckte Post im Wald. Nämlich Zeichen, die man gemacht hat, um eine entsprechende Information zu vermitteln, um was wiederzufinden, um was anzukündigen. Vielleicht auch für nachfolgende Generationen. Man wusste ja nicht, wie lange man braucht, bis man sowas hat. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, wenn man weiß, wie man diese Zeichen lesen kann, kann man auch auf Schatzsuche gehen. Und wir vermuten, dass die Russen das auch gemacht haben. Das Problem bei Schatzsuche ist, dass der Schatzfinder nicht irgendwo ein Zeichen hinterlässt. Schatz gefunden, ich war's, danke, alles gut. Also, wenn ihr einen Goldschatz hebt, werdet ihr nicht auf die Idee kommen, es bei YouTube zu posten, noch ein schönes Video zu machen, sondern ihr werdet das Ding in Stillschweigen mit nach Hause nehmen und in Ruhe selig werden damit. So gehe ich mal davon aus. Auch wenn es falsch ist, zumindest nach offizieller Schreibweise. Der Punkt aber an der Sache ist einfach dabei. Wenn man nach solchen Zeichen geht, wenn man nach Karten geht, eine Schatzkarte zum Beispiel, ist niemals angegeben, ob der Schatz schon weg ist. Das ist ja gerade im Moment sozusagen der Fall, den wir bei oben B30 haben. Eingeweihte werden jetzt wissen, was mit oben B30 gemeint ist. Da geht es ums Bernsteinzimmer, so viel kann ich schon mal sagen. Ich muss jetzt hier den Ort nicht ansagen, die, die es gelesen haben, die das kennen, die wissen, wo es gemeint ist. Den Bunker haben wir tatsächlich gefunden. Wir können ganz genau sagen, wo ist das Ding. Wir können nur leider nicht sagen, wo ist der Inhalt. Weil wir wissen nicht, ob es da noch einen Inhalt gibt. Den können wir auf dem Georadar nicht sehen. Das ist das Problem. Wir müssten also reinkommen. Und da gibt es eine tolle Geschichte, da könnte ich in zwei Stunden Video drüber machen. Aber, wie gesagt, oben B30, der Bunker, ist gefunden. Wer will, kann mich anschreiben. Mit Telefonnummer wieder kann ich ja was dazu erzählen. In dem Sinne fangen wir hier mal an mit dem Thema Baumzeichen. Okay, kommen wir zum Thema Baumzeichen. Man hat damals Zeichen an Stellen, Bäumen gemacht, um zu zeigen, wo ist die Richtung zu einem Tunnel und wo ist was versteckt. Also jeder Strich an dem Baum hat einen Sinn. Jede Markierung ist dann entsprechend eine Markierung, die wichtig ist. Das muss man mal versuchen rüberzubringen. Ich habe in dem Bildarchiv von Martin eine Menge Baumzeichen gefunden und einen riesen Fehler. Denn heutzutage wissen wir ja nicht, ob diese Bäume noch stehen. Also ich weiß von Förstern, die haben gesagt, also die Dinger haben wir als erstes weggenommen, nur damit diese Baumzeichen nicht die Leute dazu bringen, uns den Wald umzugraben. Das kann ich verstehen. Nur gehen damit auch wichtige Hinweise in der historischen Forschung verloren. Einige von euch wissen ja, ich bin ehrenamtliche Denkmalpflegerin beim Landesamt in Brandenburg. Und ich bin da ehrlich und ich arbeite da auch dran, dass diese Sachen dann wirklich zu, ich sag mal, wieder zur Öffentlichkeit kommen. Denn hier geht es ja nicht nur um irgendwelche Schätze, wo angebliche Goldbarren gelagert sind. Hier geht es ja auch um Kunstgüter. Ja, und bei seinem Baumzeichenarchiv hat der Martin einen riesigen Fehler gemacht. Er hat nämlich die Bäume in seiner Position und in seiner Ausrichtung nicht markiert. Das heißt, es gibt keine Hinweise darauf, a. wo steht der Baum und b. in welche Richtung zeigt das Zeichen. Das ist nämlich das Ding, was wir jetzt an dieser Auswertung haben. Wir können die Sache knicken. Das ist nicht mehr möglich. Und jetzt komme ich damit zu euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt und wenn ihr uns helfen wollt, stelle ich ein neues Bildarchiv zusammen. Mit den Zeichen und wo die Bäume sind. Und dann können wir auch, und das kommt jetzt, jetzt bitte gut zuhören, dann können wir auch gerne zu euch kommen, gehen mit Georadar und mit entsprechenden Sonden mal über diese Stellen drüber, wo es dann hinzeigt, suchen diese Sachen und können mit euch zusammen das Ganze auswerten. Das ist mein Angebot. Das soll aber eine faire Geschichte sein. Da sind wir wieder bei der Telefonnummer. Bitte nicht vergessen, wenn ihr was schickt. Und ich sage euch im Video auch, wie ihr uns das zuschicken müsst, damit das was bringt. Das kommt jetzt. Viel Spaß. Das Erste, was wir für eine solche Ortung eines Baumes und die spätere, ich sag mal, Festlegung in einem Archiv brauchen, ist eine genaue Einteilung des Ortes. Ich mache das hier gerade in einem Video und will euch mal zeigen, wie ich das mache und wie viel schief geht. Das könnt ihr euch auch angucken. Also ich wollte hier eigentlich den Ring rot markieren, aber das muss ich jetzt zweimal machen. So, also es ist jetzt nur eine fiktive Geschichte. Also hier an der Stelle steht kein Baum, aber damit ihr wisst, was wir brauchen. Wenn ihr uns eine Karte schickt und ihr wollt uns wissen, da ist ein Baum, dann markiert in einer Karte, in der auch die Ortschaften zu sehen sind und auch das Gelände, einen Kreis. Dort, ihr könnt auch ein X machen, aber der Kreis ist immer einfacher, da weiß man, worum es geht. Also, wir wissen jetzt, das ist diese Stelle da am Wald zwischen dem Ort Fiemer und dem Ort Pferdings Leben. Ist jetzt nur ein Beispiel, hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun, aber so eine Karte brauchen wir als erstes. Die ist wichtig, damit wir das, was ihr danach macht, zuordnen können. Und dann müsst ihr natürlich eine kleine Zeichnung machen. Das ist so, wie ich das hier mit dem Programm mache, am einfachsten. Ihr markiert erst mal die Straße oder den Weg, der da ist. Dann markiert ihr euch einfach mal, es könnt ihr auch, wie gesagt, auf einem Nahbild machen. Also ihr könnt es auch reinzoomen und sagen, okay, ich fotografiere das jetzt ab mit Screenshot und dann mache ich das auch so. So, das geht auch. Hier habe ich es jetzt mit der Zeichnung gemacht, um es besser zu erklären. Wir haben also jetzt hier in grün die Waldkante und jetzt kommt zwei Sachen. Wir brauchen einmal die Position, wo ist an dieser Waldkante eben der Baum. Das mache ich jetzt wieder mit Rot. Klappt auch wieder nicht. Muss ich gleich zweimal machen. Also da ist jetzt angeblich mein Baum. Da kann ich den finden. Und den habe ich jetzt rot markiert. So sollte es dann bei uns ankommen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, weil ihr müsst unbedingt den Baum in seiner Ausrichtung markieren. Das mache ich jetzt hier gerade noch mal mit dem Ring. Das heißt, ihr nehmt einen schwarzen Ring und malt. Das ist jetzt falsch. Ich lösche es wieder. Ich male eine gerade Linie. Das ist also jetzt die Baumausrichtung. Male einen Pfeil dazu. Dann mache ich das Ganze noch mal größer. Ich wollte jetzt eigentlich einen richtigen Pfeil haben. Musste ihn in den Balken einfach dicker machen, dass man den Pfeil gut sehen kann. Das mache ich hier in dem Falle. Zack, zack, zack. Da ist der Pfeil. Also wir wissen jetzt, der Baum guckt in Pfeilrichtung, wenn ich also von hinten in Richtung auf das Baumzeichen schaue. Das heißt also, an der hinteren Seite, wo also da nicht der Pfeil ist, ich mache das jetzt gerade noch mal mit der Maus. Also da an der Stelle ist das Baumzeichen. Und wenn ich also in Richtung Baumzeichen gucke, guckt auch der Pfeil. Das brauchen wir. Und damit ihr auch schon mal so ein bisschen wisst, um was es bei diesem Baumzeichen geht. Also ich verrate jetzt hier sozusagen ein deutsches Geheimnis. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier ein deutsches Geheimnis verraten. Nein, ich mache es trotzdem. Ich packe es mal rein, weil dann wissen alle, worum es geht. Also, wir haben einen dicken Hochkantbalken. Und dieser dicke Hochkantbalken hat zwei oder drei Entspärnungen. Das sind nämlich die entsprechenden Entfernungssymbole. Wir wissen nur noch nicht genau, sind es jetzt 50 Meter oder sind es 100 Meter. Das müssen wir mal rauskriegen. Ich weiß nur, das ist also hier die Entfernung zum Bunker. Das heißt also, 50 Meter sind es dann 100 Meter. Wenn es drei Zeichen sind, wären es 150 Meter. Oder 100, 200, 300. So, also das ist dann das Geschichte mit dem Bunker, Eingang zum Bunker. Das wäre das Viereck. Das Kreuz besagt, dort ist eine Gefahrenstelle. Auch hier wieder falscher Zeitschrift. Machen wir nochmal ein Viereck. So, und dann haben wir hier tatsächlich eine Gefahrenstelle. Die wird dort angegeben. Was es ist, ob es gesprengt werden muss oder ob es eine Sprengladung ist oder ähnliches, das können wir daraus nicht sehen. Aber wir wissen auf jeden Fall, wenn da unten drunter so ein Kreuz ist, vorsichtig sein. Das ist so der Gedanke. So, nehmen wir mal die Kreuze weg, weil es gibt ein anderes Symbol, auch wieder mit diesem Fall. Und da wird es jetzt interessant. Denn wenn ich einen Blitz unter dieser Geschichte habe, dann ist dort tatsächlich ein Amt, ein Fernmeldeamt. Das muss jetzt, und jetzt vorsichtig sein, das muss jetzt nicht so ein Ding sein wie Amt 800. Also bitte ganz vorsichtig, oder Amt 10. Das kann nach unserem Verständnis dann tatsächlich auch ein einfacher Kasten sein, also ein unterirdischer kleiner Raum sein, in dem eine Schaltstelle drin ist. Das wird auch als Amt bezeichnet. Gut, kommen wir zum nächsten. Die Pfeile wieder nach oben und dann unten drei Balken. Sind zum Beispiel Stollen 1, Stollen 2 und Stollen 3. Wenn bloß zwei Balken sind, sind es zwei Stollen. Also hier werden die Stollen mit bezeichnet. So, dann kommen wir mal zu dem, wo bei euch sozusagen das Geschmäckle kommt. Und ein einfaches viereckiges Zeichen und darunter ein Strich. Zwei Striche oder drei Striche. Das bedeutet, hier ist Museumsgut eingelagert worden, also Kunstgut zum Beispiel, und es ist ein Stollen drunter. Wenn der Schrägstrich, also der Querstrich schräg verläuft, hier in dem Falle geht es nach links in die Tiefe. Das ist natürlich klar, wenn der Balken nach unten geht, in die andere Richtung, dann geht der Stollen nach rechts in die Tiefe. So einfach kann man es machen und so gut sind natürlich die Zeichen. Es ist natürlich möglich, dass die ganzen Zeichen natürlich auch alle zusammen auftreten. Das kann also auch sein. Ja, und dann gibt es natürlich das Zeichen an sich oder mit einem kleineren Zeichen. Und da geht es um Raumbezeichnungen. Also das kann man auch mit dem A, B und C sagen. Das müssten dann verschiedene Raummöglichkeiten sein. Das können wir noch nicht genau deuten. Also wie da entsprechende Hinweise sind, müssen wir noch rausfinden. Aber das kann tatsächlich auch Bezeichnungen beinhalten. Jetzt muss ich ein bisschen warten, weil gleich geht es dann noch zu dem Nächsten. Ich will jetzt hier in diesem Ding nichts schneiden, was ich da gemacht habe. Ich lösche das jetzt einfach mal. Und dann gibt es noch Strichcodes. Wir haben also zwei senkrechte Striche, also Schnitte in der Baumkante natürlich, und dann einen Querstollen. Das bedeutet, dass wir innerhalb des Einlagerungsgebietes sind. Also hier ist in der Nähe ein Einlagerungsstollen. Das sagt noch nicht, wo der ist. So, und wenn wir jetzt umhergehen und wir sehen jetzt drei Balken. Jetzt habe ich wieder einen krummen Balken gemacht, machen wir nochmal einen geraden Balken. Dann sind wir am Stollen. Also sollten wir immer solch ein Symbol suchen. Das wäre dann in dem Moment die Geschichte. Jetzt kommen wir nochmal zu den Uferlagerungen und den unterirdischen Anlagen selber, also die etwas größer sind. Und ihr werdet es nicht glauben, so ein Zeichen habe ich tatsächlich selber schon gesehen. Aber ich wusste noch nicht, was es bedeutet. Und deswegen bin ich da also erstmal völlig, ich sag mal, ja, mir selber einen in die Rippen knallen, weil ich das nicht deuten konnte. Ich zeichne gerade dieses Symbol. Bitte noch warten, es ist noch lange nicht fertig. Das ist also so ein Fünfeck oder, nee, es sind ja, warte mal, zwei, sechseckiges, so ein bisschen auf der Spitze stehen. Dann nochmal eine Spitze drunter und ein Querstreifen. Das kann aber auch zwei oder drei Striche sein, die dazwischen sind, so ein bisschen zusammengefaltet. Dieses Symbol müsste jetzt oben drüber noch einen Pfeil bekommen, nämlich nach rechts oder nach links. Das ist die Frage, wohin es geht. Es ist nämlich das Zeichen für freie Zugänge von einer solchen Anlage. Und das wäre also für uns dann sozusagen das Interessante. Und damit kann ich jetzt auch mal zu den Bildern kommen, die wir so haben. Bei all der Liebe zum Forscherdrang muss man natürlich dazu sagen, dass es auch Baumzeichen gibt, die zivil sind. Ja, ich habe da manchmal so ein Baumzeichen gesehen, wo es ein Herzchen gibt. Dann steht AB plus BF da drunter. Da haben sich dann zwei Liebende verewigt. Das darf man jetzt hier nicht mit einbeziehen. Also da müssen wir halt ganz vorsichtig sein. Aber wichtig ist für uns halt, in welche Richtung zeigt dieser Baum. Dann kann man fotografieren, was ist da auf dem Baumzeichen. So wie wir es hier im Bild sehen. Und dann die Zeichnung dazu machen, in welche Richtung zeigt der Baum. Das ist ganz wichtig, damit man, wenn der Baum mal gefällt ist, trotzdem immer noch lokalisieren kann, in diese Richtung geht es. Also das sind zwei Sachen. Wenn der Baum jetzt nämlich gefällt ist, und wir kommen da hin und vermuten den Baum zwei Meter rechts oder zwei Meter links, das macht für den Tunnel keine Auswirkungen. Also für die Suche danach. Aber wir müssen erst mal überhaupt wissen, wo war das Baumzeichen und in welche Richtung hat es gezeigt. Und da hat leider Gottes der Martin hier wirklich geschlampt. Er hat zwar sehr, sehr viele Zeichen fotografiert, ist auch mit seiner Wünschelrute da rumgelaufen und hat da auch einiges markiert. Nur leider Gottes können wir es nicht wieder finden, weil wir nicht wissen, wo das da ist. Dafür ist dann das Gelände doch viel zu groß. Das hier ist tatsächlich auch ein Baumzeichen. Ganz hochinteressant. Das haben wir mehrmals. Und da müssen wir jetzt rauskriegen, was ist das jetzt? Ist das wirklich Kunstgut? Haben die jetzt hier was versteckt? Das sieht nämlich schon fast aus wie so eine Art Kelch, den man da gemacht hat. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier jetzt sozusagen der heilige Gral ist, aber das muss was zu sagen haben. Auch das hier, ein Baumzeichen mit einer ganz besonderen Bedeutung, also das, was ich euch als Beispiele vorgelesen habe, muss noch nicht alles sein. Wir wissen noch nicht so viel. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir jetzt ein Archiv damit aufbauen würden. Wir behandeln alle Zusendungen wirklich absolut als privat. Da sind wir ganz klar dran. Hier zum Beispiel 2,3 Kilometer nach links. Da soll es hingehen. Da muss irgendwas sein. Also muss man das ablaufen. Oder sind es 2,5 Kilometer. Aber wie gesagt, das sind alles Baumzeichen, die hochinteressant sind und die viel machen. Hier haben wir zum Beispiel wieder diesen Kelch. Der ist da auch drin. Und hier steht zum Beispiel CA in dem Helm drin. Wir wissen natürlich nicht, was ist damit jetzt gemeint und wo kommt es her. Aber wenn man das dann suchen kann und wenn man sich da auf die Suche macht und man entdeckt dann im Georadar tatsächlich auch noch einen Eingang, ja, dann fängt natürlich das Ganze richtig an. Spaß zu machen. Und wenn man sich dann entscheidet, okay, dann gehen wir mal gucken, was ist denn hier. Und das wäre natürlich eine tolle Sache. In dem Sinne halte ich mich mal raus, weil da kommt gleich noch mal was, was ich noch mal erklären will. Ich will hier nicht immer Musik drunter machen. Das könnt ihr euch selber sozusagen nebenbei anmachen. Aber auch diese Pfeile nach unten gibt es halt mit entsprechenden Hinweisen dazu. Ja, das ist halt auch ein Teil unserer Arbeit. Und wenn wir da Unterstützung kriegen, würde ich mich drüber freuen. Ja, das ist halt auch ein Teil unserer Arbeit. zum schluss habe ich zwei bilder zugefügt mit dieser länglichen linie nach oben das bitte liebe leute ist kein baumzeichen hier hat ein blitz diesen baum getroffen das könnte auch mal vielleicht als lehre nehmen das haben wir bei uns hier auf meiner straße hier wo ich immer als nach alt landsberg fahre haben wir tatsächlich 18 bäume die diese streifen haben die sind also alle getroffen worden irgendwo und das ist tatsächlich der kanal in dem der blitz den baum verbrennt ich habe es noch mal als nahbild hier da seht ihr das beim anderen baum und dann geht der blitz in den boden rein und das material das fleisch des baumes ist an dieser stelle verbrannt das bitte nicht aufschreiben das müssen wir nicht haben in dem sinne ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen wirklich der sache näher gebracht also es sind tausende von baumzeichen die verteilt in thüringen dresden also nicht dresden quatsch sachsen sind ich sage mal dresden sachsen sind und dann entsprechend natürlich auch in polen gibt es die genauso da haben wir in riese auch einige wie gesagt es gibt eine menge davon in dem sinne hoffe ich es hat euch wieder spannend spaß gemacht und wer ihr neu zugesagt habt lasst einen link da lasst ein like da und macht den kanal abonniert und vor allen dem guckt euch auch mal die anderen filme an die wir einstellen zum thema forschung der nazisachen das sind interessante dinge dabei viel spaß tschüss